Oha Erste Werkbank Wood anwesend Muss ja da irgendwo oben gewesen sein Tuh Tum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Wood anwesend, hier war das Terminal irgendwo Whiskyflasche da Ich bin hier am Terminal, bin dort schon Bin dort schon hin Ok Terminsangelegenheiten Terminsangelegenheiten Hmm 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 Ja dann sag doch was wir finden müssen Ah hier ist eine Notiz im Schrank Das ist Anni Die war da oben beim Park Hmm So dann geh ich nochmal schnell aufs Pipi machen und dann sind wir auch gleich wieder da Oh ja Hmm Abschnitt V2 Wo wir jetzt die Meisters Oh Nachladen schnell kommen Silo Abschnitt L5 Okay Okay Hmm Uh Oh Um 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 Uh Um 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 Wer hat's verkackst. Oh Gott. Die Annie ist irgendwo da hinten. Oh, hier ist ein Loch. Ach so, das ist das Loch, wo es dann da an dem Ding reingeht. Sie! Sie sind wieder da! Und mein Freddy? Das ist Freddys Handschrift. Sein Vater wollte nicht, dass Freddy zum Onkel geht, aber Freddy hat ihn so sehr gemocht. Oh, mon petit chou. Das ist so schlimm für meinen tapferen Jungen. Eine, wie sagt man gleich, Spielfigur für Onkel und Vater zu sein. Das haben sie im Haus gefunden? Oh, mein armes Kind. Diese Angst. Da steht, dass er sich von den Bomben in Sicherheit gebracht hat. Das bedeutet, er könnte noch leben. Danke. Diese Dinge, die ich gefunden habe, sollen ihre Belohnung sein. Den haben wir jetzt abgeschlossen, genau. Schlaup. Ja. Totale Katastrophe. Das ist ein Schlaup. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, die haben wir jetzt verlassen. Gut, hinten muss dann irgendeine Quest geben. Ja. 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 Ich bin Hallo! Sie müssen vom Team für archäologische Erhaltung sein. Ich habe ein echtes Problem. Beim Bau neuer Außentoiletten haben wir die Überreste eines Nordstaatssoldaten aus dem Bürgerkrieg entdeckt. Vielleicht gibt es hier irgendwo Schrott, den wir verwerten können. Die Kolonisten ließen üblicherweise ein Lagerfeuer brennen, um Eintopf oder Kaffee für die Nachtwache zu kochen. Oh Mann, ich wette die Kolonisten hätten gerne eine eiskalte, erfrischende Nuka-Cola getrunken, als die Rotröcke an diesem frühen Herbstmorgen angriffen. Besuchen Sie nach der Tour auch unseren Geschenkartikelladen nordöstlich vom Fuhr, um Souvenirs zu erwerben und eine eiskalte Nuka-Cola zu genießen. Wo kriegt man so eine Feder her? Ich glaube, vom Dingern ist er voll aus. Der Zoll oder sowas. In diesen Gebäuden waren durchschnittlich 14 Soldaten untergebracht. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder hier zurückreisen Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder 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 aufbauen. Ja, da schlägt die irgendwann ein. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Ich kann höchstens zum Lagerreisen, das Ding aufbauen und dann wieder aufbauen. Hm? ...treibt die Verbrannten zurück. Legt die Prüfung der Feuerteufel ab. Aufseher Logbuch, Feuerwache Charleston. Die Automatisierung hat früher das Leben in West Virginia bestimmt. Jetzt ist sie das Einzige, was noch da ist. Diese Trainingsprogramme der Responder. Wie viele Überlebende haben sie durchlaufen? Man muss es schon als seine Berufung ansehen, wenn man freiwillig mitten in ein Feuer läuft. Leute rettet. Anscheinend haben sie sich das bewahrt. Selbst als die Gefahren sich änderten, sie haben die Verbrannten bestimmt aus der Nähe bekämpft. Mehr als sonst jemand. Ich muss herausfinden, was sie wussten. Ja. 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 Ich muss ihn in, was sie wussten. Naja, jetzt ist halt die Frage, die Tunnel, den sie durchqueren, führt sich in einem Gas, Atemschutzgerät nicht dabei, was tun sie? Nicht! Also Streichholz anzünden glaube ich nicht, höhere Position, hm. Streichholz anzünden! 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 Musik